Na, das wird ja ein super Gespräch jetzt werden. Hi, mein Name ist Stobbert, George Stobbert. Und ich heiße Loser, Obdachloser. Scheiße. Gehört diese Taschenlampe Ihnen? Ja, gehört sie. Und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn ich Ihnen im Gegenzug etwas anderes gebe? Glauben Sie mir, was ich will, haben Sie bestimmt nicht in Ihrem Besitz. Haben Sie eine Ahnung? Ich hatte schon mal einen Fisch in meiner Tasche. Aber meinen Wunschgegenstand haben Sie bestimmt nicht. Ich glaube schon. Auch einen Frauen? Das ist nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Viele Männer haben Feminine...